Musik 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 Es ist Zeit für den Tag zu einem neuen Adventskalender Töcher Eine neue Runde unmotiviert durch den Weihnachtsmagd laufen Musik 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 Wir haben hier einen letzter Weihnachtsmagd Musik 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 Ja, viele Stände, viele Leute, viel los. Ich habe noch nichts fürs neue Adventskanal, natürlich. Und deshalb bin ich jetzt hier auf dem Weihnachtsmacht und spreche mit meiner Kamera. So sieht es aus. Zu den lieben Kindern, seine Sprechstunde fängt jetzt an. Hallo Kinder, wo seid ihr denn? Hallo, alles, 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 alles. Aufwachen, hier ist der Weihnachtsmann. Oh, ich sehe eine Fressel, die ist hier. Oh, danke. Ich bin in zwei Stunden wieder hier. Es war doch nur Spaß. Zu zweit, der Weihnachtsmannsack. Hat der Insohn? Jawohl. Dankeschön. Dankeschön. Drei Sachen zur Lage. Erstens, ich glaube, der Weihnachtsmann ist betrunken. Klingt zumindest so. Zweitens, ich brauche gewandte Mandeln. Drittens, Glühwein muss jetzt nicht unbedingt sein, aber irgendwas reißes. Und jetzt, die haben wir ja auch noch ein paar Sachen. Ah, Fisch. Hab dich schon mal erzählt, dass ich tierische Platzangst habe? Warum bin ich hier? Bei ihr müssen auch ein Fisch. An Fisch. Platzangst ist für den Weihnachtsmanns tödlich. Das sieht hier schon ganz verlockend aus. Hallo, ich hätte gerne einmal 100 Gramm gebrannte Mandeln. Das ist von hier. Was hat sie zu dir gesagt? Ja, die hat gesagt... Das steht vor allem. Aber der hat sich nicht gesehen. Der hat nicht mehr geschafft, ne? Eine Tasse Kühnerpunsch. Da gebe ich dir. So, da wären wir wieder dort, weil es begann am Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, ich habe ein paar tolle Szenen vor die Kamera bekommen, und da mich nach oben so ziemlich gefallen haben. Lasst ein Abo da. Man sieht sich morgen am nächsten. Ansonsten kann ein natürlichen wieder. Out da ran. Ciao, ciao. Das ist ein Abo. 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 Das ist ein Abo.